Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einem weiteren Talk mit mir auf eine Tasse mit dem Tuffi. Und zwar geht es heute um eine Information, eine Neuigkeit, die heute durch die Presse gegeistert ist. Und vielleicht ist da ja auch was Wahres dran. Und ich möchte euch kurz sagen, worum es geht. Es geht ja darum, dass Google heute, heute Abend, morgen, man weiß es nicht so genau, eine neue Plattform für die Livestreamer etablieren will. Und zwar Google Gaming wird das Ganze heißen. Es ist quasi sowas wie Twitch oder wie Hitbox oder wie Ustream. Also eine Plattform für Livestreamer, für Let's Player auf YouTube. Was man bisher davon hört und liest, geht im Grunde in diese Richtung, dass man sagt, alles was gut ist, möchte man da quasi auch wieder weiter anbieten können. Das bedeutet zum Beispiel eine vollkommen vollständige HTML5-Implementierung. Im Chat wie auch im Video ein vernünftiges System, was die Qualitätseinstellungen in Echtzeit reduzieren kann. Also ich sage mal von 1080p, 60p bis auf 240p. Je nachdem, wie die Bandbreite ist, je nachdem, was für ein Endgerät man dafür benutzt. Und das soll alles mit Google Gaming gehen. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Und ob es das auch in Deutschland geben wird. Weil das sind wieder so Aspekte, wo ich mich jetzt zum Beispiel frage. Also Google gibt es ja auch YouTube Live. YouTube Livestream gibt es aber in Deutschland nicht. Und kann man auch in Deutschland nicht sehen. Tja, schlecht, weil es gibt halt immer noch Rechteinhaber, womit denen sich Google oder YouTube da nicht einigen kann. Wie soll das also mit Gaming, YouTube, also Google Gaming funktionieren? Wie soll das funktionieren? Stichwort Content-ID-System. Ja, quasi das ist ja schon bekannt. Es wird ein Content-ID-System geben, das quasi in Echtzeit erfasst, ob irgendwelche Lieder, irgendwelche Inhalte verbaler Natur, vielleicht auch Gaming-Inhalte, das weiß ich nicht, aber ich sage erst mal Musik und Co., ob die geschützt sind. Ob es da jemanden gibt, der quasi diesen Rechte an diesem Content, an diesen Inhalten hat. Ich sage mal jetzt, in Deutschland ist das dann die GEMA, international wäre das dann die Yoda oder sowas, ja, so verschiedene Verwertungsgesellschaften. Wie soll das in Deutschland funktionieren? Weiß man nicht. Wie ist das, wenn ich zum Beispiel GTA 5 streame? Werde ich dann gemutet? Werde dann meinen Stream wieder endmutet, wenn ich das Lied ausmache? Kriege ich einen Strike? Wird mein Kanal geschlossen? Wie kann ich mich gegen wehren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen falsch-positiven Treffer habe? Quasi, wenn das System anschlägt, ich aber diese Rechte an diesen Liedern besitze? Was ist damit? Genau diese Fragen sind eigentlich die entscheidenden Fragen, die man quasi jetzt erst klären muss. Natürlich erst mal, wann geht es los? Ja, aber das ist vielleicht für uns wieder am wichtigsten, weil wer hier als deutscher Streamer jetzt sagt, oh cool, ich bin ein großer YouTuber, ich habe einen großen Let's Play Kanal, einen großen Gaming Kanal, optimal, dann werde ich das alles jetzt in YouTube beziehungsweise über Google direkt abwickeln können, was meine Monetarisierung angeht, was Werbung angeht, was Partnerschaften angeht, etc. etc. Meine Zuschauer, meine Audience, meine Community ist eh auf YouTube, weil sie mir zugucken kann und jetzt haben sie noch die Möglichkeit, das alles live zu machen, indem ich da quasi direkt über YouTube streame. Wäre eine tolle Sache und wenn es technisch besser ist, als das, was Twitch und Co. macht, kann es ja nicht schlechter werden, sondern ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ich halte euch auch im Laufenden. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt sagt, ich bin vielleicht Livestreamer, ich bin YouTuber, ich bin Let's Player und ich habe auf YouTube einen Kanal mit XY Abonnenten. Ich streame momentan auf Hitbox, ich streame auf Twitch, ich streame da und da. Würdest du wechseln oder nicht? Und wenn ja, erklär es mal, warum oder wieso nicht, hier in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Kommentaren unter der Videobeschreibung. Würde mich nämlich interessieren, weil ich ja vielleicht dann auch dazu wieder Videos machen kann und soll. Also ist das natürlich auch in meinem Interesse, wenn ihr sagt, YouTube Gaming finde ich gut, finde ich nicht gut, ich finde Hitbox besser, ich finde Twitch besser. Sagt es mir, schreibt es drunter. Ich halte euch auch im Laufenden und es gibt weitere Videos dann zu diesem Thema. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, sagt der Tufi. Tschüss.